Liebe Finanzmenschen, willkommen zur ersten Folge von Chance oder Geldgrab. Die Show, in der wir uns extreme Kursschwankungen ansehen. Ich zeige euch knallhart, ob sich ein Investment in solche Aktien lohnen kann. Und die erste Einladung geht an Nvidia. Die Aktie hat sich mit einem Verlust von bis zu 15% beworben. Bewerbung erfolgreich. Vor zwei Tagen platzte die Bombe. Nvidia gab eine Umsatz- und Margenwarnung heraus. Das vierte Quartal 2019 fällt schlechter als erwartet aus. Der Umsatz sinkt von 2,7 Milliarden US-Dollar auf 2,2 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge fällt von 62,5 auf 56%. Droht Nvidia nun der Untergang? Du kannst einmal die Flucht holen. Das ist nicht die Nvidia-Aktie, sondern Bitcoin. Bitte was? Wer interessiert sich heute noch für Bitcoin? Genau, niemand. Nvidia und Bitcoin hingen bis vor kurzem eng zusammen. Die Heirat hat sich zwangsweise aufgelöst. Wegen den sinkenden Preisen ist Bitcoin-Mining mit Nvidia-Chips nicht mehr profitabel. Deshalb ging die Nachfrage zurück, was den Kurs seit ungefähr einem halben Jahr belastet. Kryptowährungen sind nicht mehr sexy und ziehe ich ihn langsam dahin. Der nächste Hype kann in 1, 2, 5 Jahren oder auch gar nie kommen. Allerdings gab Nvidia an, der Abbau seiner Chip-Bestände im Krypto-Bereich soll planmäßig verlaufen. Hm, habe ich jetzt deine Zeit mit Bitcoin verschwendet? Nein, denn Kryptowährungen zählten zu den wichtigsten Kurstreibern der vergangenen Jahre. Ganz wichtig, eine Aktie erlebt von Fantasie oder von Stabilität. Bringt das Unternehmen keinen der beiden Punkte mit, fällt der Aktienkurs langfristig immer tiefer. Bitcoin, Ethereum und Co. entfachten die innere Gierde Anleger. Bitcoin war sexy, deshalb musste man es besitzen. Echte Bitcoins sind aber kompliziert. Daher hat man indirekt über Aktien investiert. Hier kommt Nvidia ins Spiel. Diese Fantasie ist wegen dem Kryptokursvorfall gänzlich verschwunden. Gibt es nur eine frische Fantasie? Für neue Fantasie sollen Produkte wie RTX-Server für Filmrendering, DT5 Cloud GPU für Hyperscale oder Rapids für Machine Learning sorgen. Okay, damit kannst du wahrscheinlich nichts anfangen. Hinter diesen Begriffen verbergen sich mehrere Trends. Der erste Megatrend ist das autonome Fahren. Hierfür sind spezielle Chips notwendig, damit der Computer die Straße verarbeiten kann. Langfristig ist das ein interessantes Gebiet. Aber aktuell weniger sexy, da jeder kleine Unfall sofort in den Medien negativ ausgeschlachtet wird. Es scheint, als wäre die erste Euphorie verflogen. Ein weiterer Megatrend ist die Gaming-Branche. Und genau hier hat Nvidia schlechtere Ergebnisse gemeldet. Dafür wird die böse chinesische Wirtschaft verantwortlich gemacht. Dort ist die Nachfrage nach Nvidia Gaming-Grafikprozessoren unerwartet gering ausgefallen. Wegen China wurde auch die Apple-Aktie hart abgestraft. Also kann Nvidia gar nichts dafür? Ich würde sagen, teilweise. Chinas BEP wächst so langsam wie seit 28 Jahren nicht mehr. Das hat viele dort tätige Unternehmen getroffen. Zusätzlich kamen einige Produkte weniger gut bei Kunden an. Dazu zählen auch High-End GPUs mit moderner Turing-Architektur. Also Produkte, die eigentlich den Umsatz ankurbeln sollten. Die Kunden warten, bis die High-End-Grafikkarten preislich sinken. Das ist extrem negativ, da dies auch künftig die Marge belasten könnte. Unter dem Strich sehe ich wenig Fantasie. Der Sex-Appeal von Bitcoin ist verschwunden. Nvidia hat noch keinen Ersatz gefunden. Chips für autonomes Fahren sind langfristig interessant. Die Gaming-Branche wächst stark an. Aber genau dieser Bereich schwächelt unerwartet. Das ist wie ein Dolchstoß in den Rücken. Bringt Nvidia wenigstens Sicherheit mit? Nvidia ist stark von der Nachfrage nach Grafikkarten abhängig. Bricht diese ab, sinken die Umsätze und damit auch der Aktienkurs. Bestes Beispiel ist das Ende des Bitcoin-Hypes. Ein weiteres Geschäftsfeld sind Kunden in Datenzentren. Allerdings lassen auch dort die Aufträge zu wünschen übrig. Ich spreche so, als könnten wir Nvidia bald begraben. Nein, es gibt auch positive Dinge. Nvidia lebt noch. Ja, Nvidia hat einen harten Schlag eingesteckt. K.O. ist das Unternehmen aber noch lange nicht. Das zeigen uns die Fundamentalsahlen. Die Eigenkapitalquote schwankt um stabile 60% herum. Bis zum letzten Quartalsbericht sind Umsatz und Reinhardtrag tendenziell gestiegen. Dafür ist jetzt die Umsatzbombe dramatisch geplatzt. Von 3,2 Milliarden US-Dollar sollten die Umsätze auf 2,7 Milliarden US-Dollar sinken. Nun sind es nur noch 2,2 Milliarden US-Dollar. Das sind 31% weniger Umsatz als im Vorquartal. Immerhin kann die Dividende aus dem Gewinn bezahlt werden. Wobei sie lächerlich in 0,5% beträgt. Wenigstens wurde sie die letzten Jahre über erhöht. Nvidia kann einige wenige optimale Quartale überstehen. Sollte China weiterhin Probleme bereiten. Früher oder später ist auch der Bitcoin vergessen. Also doch alles gut? Nicht wirklich. Denn die Krise kann sich noch einige Quartale ziehen. Zudem ist der Gesamtmarkt für Hightech-Werte pures Gift. Jede negative News wird sofort hart abverkauft. Nvidia bietet derzeit kaum Potenzial für positive Nachrichten. China belastet ebenfalls das Geschäft. Was auch Apple neulich zu spüren bekam. Schauen wir uns den Chart an. Ein Test der 125 US-Dollar ist denkbar. Prallt der Kuss nach oben ab? Wäre das sehr positiv. Die Marke bei 120 US-Dollar muss halten. Ansonsten könnte die Nvidia-Aktie bald zweistellig notieren. Hier liegen alte Widerstände von 2017. Leider wurde der positive Aufwärtsdramm durchbrochen. War aber sowieso nur ein zarter Versuch. Ich bin erst über 160 US-Dollar positiv gestimmt oder wenn die 125 US-Dollar erfolgreich verteidigt werden. Aktuell liegt keines der beiden Szenarien vor. Daher würde ich mich in lauer Stellung begeben. Mein Fazit lautet, nein danke. Für mich ist Nvidia aktuell kein Kauf. Bevor ich meine Argumente aufzähle, möchte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Dir hat meine Show Chance oder Geldgrab gefallen? Du möchtest weitere knallharte Aktienanalysen sehen? Abonniere meinen Kanal, um keine extreme Kursschwankung zu verpassen. So weiß ich, dass dir meine Analysen gefallen. Ich suche dann noch fleißiger nach spannenden Aktien. Zurück zu Nvidia. Warum kaufe ich die Nvidia-Aktie nicht? Aktuell bringt die Aktie nur wenig Fantasie mit. Es ist eine Negativ-Spirale denkbar. Die nächsten Zahlen fallen wieder ein bisschen negativer aus, was den Aktienkurs dann wieder belastet. China ist und bleibt natürlich ein Risikofaktor. Darunter hat, wie erwähnt, Apple auch zu leiten. Die Neunternehmensbereiche sind nicht ganz so populär wie der Bitcoin. Sie können aber langfristig verstärkt ins Medieninteresse rücken. Generell existiert ein schwieriger Gesamtmarkt für Hightech-Firmen. Und zuletzt ist das negative Chartbild zu erwähnen. Erst bei erfolgreichem Teste 125 US-Dollar oder über 160 US-Dollar wird es positiv. Wir sehen uns in zwei Tagen oder früher, sollte eine Aktie stark einbrechen. Ich berichte dann wie immer aus meinem Studio in der Finanzselle.